18 Uhr ist es und das bedeutet natürlich wieder Zeit für RON TV. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja und unsere heutige Sendung, Lukas, die steht so ein bisschen unter dem Motto ganz großes Kino, oder? Hier ist ein bisschen Glamour, würde ich sagen. Und zwar beginnt heute das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen und wir sind gleich live dabei. Außerdem waren wir bei den Frauen von Hoffenheim nach dem sehr erfolgreichen Saisonstart dabei und haben uns mal gefragt, wie es denn jetzt so weitergehen soll in den nächsten Spielen. Und wir schauen auf Ludwigshafen, denn die machen jetzt beim Freiwilligentag des Landes Rheinland-Pfalz dabei mit. Wie das genau aussehen wird und was denn da auf uns alle zukommt, das und mehr jetzt bei RON. Kinofans und Filmschaffende, die blicken heute ganz gespannt nach Ludwigshafen, denn da beginnt zum 15. Mal das Festival des deutschen Films. Welche Stars da am Start sind und vor allen Dingen, welche Filme gezeigt werden, das alles verraten wir Ihnen gleich noch. Vorher möchten wir aber sprechen mit meiner Kollegin Tracy Wittig. Die haben wir nämlich nach Ludwigshafen geschickt. Sie ist vor Ort und man kann sehen, sie steht schon mittendrin im Rummel auf dem roten Teppich. Tracy, du hältst für uns Augen und Ohren offen. Was kannst du uns berichten? Wen hast du vielleicht schon getroffen? Ja, ich habe schon einige Schauspieler hier angetroffen. Harald Schrott war zum Beispiel, der ja auch einen Wendelfzeit-Film mitspielt, den ich ja auch später auch noch gleich interviewen werde. Natürlich wird dann auch die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck von Ludwigshafen erscheinen. Auch Landeskulturminister Konrad Wolf wird da sein. Aber ich habe jetzt hier auch den Festivaldirektor Michael Kötz neben mir stehen. Wie schwierig ist es denn eigentlich, so ein Festival auf die Beine zu stellen? Naja, es ist schon Arbeit. Ich mache es Gott sei Dank nicht alleine. Wir arbeiten ein Jahr da dran und gut, und dann muss es alles in den 19 Tagen funktionieren. Auf Anhieb und perfekt. Aber es tut es. Sie machen es ja jetzt schon seit 2005, machen ja parallel ja auch die internationalen Festspiele Mannheim-Heidelberg, haben sich ja jetzt dazu entschlossen, das nicht mehr federführend weiter fortzuführen. Warum ist es Ihnen so wichtig, dieses Festival weiter zu tragen? Naja, das Festival ist, hat nicht umsonst so wahnsinnig viele Menschen. Über 100.000, die hier herkommen. Es macht auch wirklich selber Spaß, das zu machen. Es ist ein bisschen eine Mischung aus Filmkunst und Lebensfreude gleichzeitig. Also ich glaube, ich würde hier auch privat selber herkommen, würde mich hier hinsetzen und ein Glas Wein trinken und schauen, was sie da so an Filmen ausgesucht haben. Wir suchen sehr sorgfältig aus. Wir wollen, dass die Menschen eine interessante Erfahrung machen, die sie nicht gleich wieder vergessen können. Also es soll eine sinnliche Erfahrung sein. Es ist nicht belehrend. Wir sind nicht in der Schule. Das Ganze muss was mit Lebensfreude zu tun haben, aber auch was für die Birne. Also darum geht es. So eine Kombination. Und die ist, glaube ich, das ist ziemlich unschlagbar an einem wunderbaren Ort. Deswegen kommen so viele und es macht auch Spaß, es zu machen selber. Sie haben sich ja bestimmt bei dem Eröffnungsfilm Wendezeit auch viele Gedanken gemacht. Warum ausgerechnet diesen Film heute Abend? Ja, es ist ein Thriller, eine weibliche Agentin. Es ist ein Film zu 30 Jahren Mauerfall, eigentlich perfekt, weil die Mauer fällt in diesem Film. Sie erzählt noch einmal die ostdeutsche, westdeutsche Geschichte in Form dessen, was auf der Agentenebene passiert ist. Aber eigentlich ist es eine Liebesgeschichte und es wird aber ein bisschen klar, was damals wahrscheinlich ein bisschen vergessen wurde, nämlich die Menschen. Wir wissen, dass sie dadurch ein bisschen rebellieren im Osten, weil sie sich eben vergessen fühlen. Und das wahrscheinlich zu Recht. Man hat sie zu sehr abgewickelt und erledigt. Und das rächt sich ein bisschen. Und davon erzählt der Film auch indirekt. So wie Gundermann zum Beispiel von Andreas Dresen, den wir auch zeigen. Wunderbarer Film. Also um diese Ambivalenzen und die ganzen interessanten Sachen, die alle nicht richtig vorgekommen sind bisher. Deswegen ist es ein schöner Film. Ja, es klingt auf jeden Fall so. Wir müssen ihn auf jeden Fall später auch mir noch angucken. Mit welchen weiteren Highlights können die Besucher denn hier noch rechnen? Naja, ich freue mich, dass Bjarne Medel kommt und Julia Koschitz. Zwei wunderbare Schauspieler. Ich halte ja auch die Laudatio, die Lobrede aus. Sie hat mich mit deren Leben und Vita befasst. Also was sie gemacht haben mit ihrem Werk. Und das ist faszinierend. Also beide auf ganz verschiedene Weise natürlich. Aber es sind tolle Schauspieler, wie wir überhaupt tolle Schauspieler in Deutschland haben, die den deutschen Film ja auch tragen. Also wir laden die nicht nur ein, damit wir hier berühmte Gesichter auf dem Teppich haben, sondern wir laden sie ein, weil ihr Beitrag im deutschen Film sehr, sehr wichtig ist. Ja, wichtig ist jetzt auch dieser Abend für Sie. Ist ja die Öffnung. Damit wünsche ich Ihnen viel Spaß. Um 19 Uhr geht es ja los. Und später werden wir ja noch Harald Schrott im Interview sehen. Und ja, schauen wir mal, was der Abend heute noch so bringen wird für mich. Wir sind in jedem Fall gespannt und wir sind auch live dabei. Danke Tracy für die ersten Eindrücke. Wir kommen im Laufe unserer Sendung nochmal zu dir zurück und sind gespannt, wen die Kollegin dann vor dem Mikrofon hat. Also einen kleinen Einblick von vor Ort, den gab es schon. Und jetzt verraten wir Ihnen im Detail, was Sie in den kommenden drei Wochen in Ludwigshafen erleben können und welche ganz besonderen Filme da gezeigt werden. Hauke Kutz hat alle Infos. 120.000 Zuschauer, 84 Filme, ein Festival. Der Eröffnungsstreifen in diesem Jahr wendet Zeit, der vom Fall der DDR handelt. Werden die morgen alle die Mauer ein oder wollen Sie, was Gorbachev will? Die Mauern werden so schnell nicht eingereint, Sir. Wow. Was machen wir, wenn die Lage eskaliert? Dann sehen wir uns am Treffpunkt. Boy, the crowd, ha? Für viele war der Mauerfall das größte Glück. Für die Doppelagentin Saskia Stark, gespielt von Petra Schmidt-Schaller, hätte es nicht schlimmer kommen können. Denn die Liebe für die DDR ist mindestens genauso groß wie die Liebe zu ihrem amerikanischen Ehemann in West-Berlin. Stark ist nicht nur Spionin aus dem Osten, sondern arbeitet zeitgleich als Doppelagentin für die CIA. Haben Sie etwas mit dem Tod von Ralf Hummel zu tun? In diesem nervenzerreißenden Thriller geht es um den Kampf einer Frau, hin- und hergerissen zwischen Liebe und der Politik des Kalten Krieges. Immer bedacht, von keiner der beiden Seiten enttarnt zu werden. Nicht weniger spannend, der Streifen im Schatten der Angst. Das Gericht hat mich als psychiatrische Gutachterin hinzugezogen. Ich bin Carla Eckert. Wissen Sie, wo Sie sich befinden? In einem sehr rosanen Raum. Der Film von Star-Regisseur Till Endemann ist ein Muss für jeden düsteren Psychothriller-Liebhaber und eines der Highlights des diesjährigen Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen. Im Mittelpunkt der Handlung steht Psychiaterin Carla Eckert, gespielt von Julia Koschitz. Ich hab das Gefühl, dass ich was übersehe. Eckert arbeitet als Gutachterin und muss plötzlich klären, ob ein bekannter Architekt, der eine junge Frau entführt hat, schuldfähig ist. Die Gutachterin vermutet weitere Entführungsopfer und versucht das Vertrauen des Architekten zu gewinnen. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich war schon etwas verwundert. Sie hat fast liebevoll von Ihnen gesprochen. Haffen Sie mir vor, dass ich nicht brutal genug war. Was ist passiert? Ich wünschte, Sie hätten sich nicht geirrt. Koschitz wird für ihre Leistung in Ludwigshafen den Preis für Schauspielkunst erhalten. Neben Im Schatten der Angst wird ihr Film »Weil du mir gehörst« gezeigt. Das Festival – ein schaulaufendes Who is Who der deutschen Schauspielkunst. Katharie Riemann, Iris Berben, sie alle waren in den vergangenen Jahren auf dem Filmfestival. Mit dabei in diesem Jahr ist auch der Schauspieler Bjarne Mädel, ausgezeichnet für seine Rolle im Film »25 kmh«. Großes Kino auf der Leinwand und auf dem roten Teppich. Das Filmfestival in Ludwigshafen findet noch bis zum 8. September statt. Ein paar Restkarten gibt es noch. In Ludwigshafen werden nicht nur Filme geschaut, da geht es auch ums Ehrenamt. Denn die Stadt nimmt Mitte September zum allerersten Mal in der Geschichte am Freiwilligentag Rheinland-Pfalz teil. Unter dem Motto »Ich bin dabei« hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinrug heute die Details vorgestellt. So sollen sich am 14. September Freiwillige in der ganzen Stadt an verschiedenen Orten treffen und sich an ehrenamtlichen Projekten beteiligen. Die sind durchaus vielfältig. Insgesamt gibt es 47 Projekte. Eins davon ist die Tafel im Stadtteil »Nördliche Innenstadt«. Die sucht dringend Freiwillige, die bei der Essensausgabe behilflich sind. Außerdem muss die Außenfassade neu gestrichen werden. Auch dafür suchen sie ehrenamtliche Helfer. Außerdem gibt es noch diverse Veranstaltungen, wie beispielsweise an der Rheingalerie. Mein Kollege Christoph Schlüter hat mit der Oberbürgermeisterin über den anstehenden Freiwilligentag gesprochen. Wir waren heute Mittag schon bei der Tafel und haben uns angeschaut, was die Leute dort machen. Da werden ja auch viele helfende Hände gebraucht. Was kann man denn am Freiwilligentag noch alles tun? Im Prinzip alles, was man gerne macht. Man kann singen, man kann bei sozialen Dingen helfen, man kann mit Menschen spazieren gehen, handwerkliche Dinge, man kann bei der Verkehrswacht zum Thema Sicherheit, in der Mobilität mitmachen. Also alles, man muss gar nichts speziell gelernt haben. Alles, was man glaubt, wo man beitragen kann, man findet sicher das richtige Projekt. Wie kann man denn da mitmachen? Muss man sich anmelden? Wie läuft das? Ja, anmelden ist wichtig. Man kann sich über die Homepage der Stadt Ludwigshafen oder auch direkt, wenn man anruft, bei Frau Ziegler, unserer Ehrenamtsbeauftragten. Es wird auch in den Medien und es wird auch Aushänge geben. Am besten anmelden, Projekt anmelden, aber auch wenn man ehrenamtlich mitarbeiten will. Es gibt ja auch ein paar Geschenke als Belohnung. Wie war denn in den vergangenen Jahren die Resonanz beim Freiwilligentag, der zunächst erstmal in der Metropolregion stattgefunden hat und jetzt im ganzen Bundesland? Welche Rolle spielt da Ludwigshafen? Ludwigshafen ist so stolz. Wir haben so tolle, ehrenamtlich engagierte Menschen. Beim Ehrenamtstag der Metropolregion waren wir immer die in Ludwigshafen, die die meisten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer hatten. Und ich gehe davon aus, dass das beim Freiwilligentag heute in Rheinland-Pfalz dann auch sein wird, am 14. September. Vielen Dank. Wir werfen jetzt gemeinsam einen Blick auf die weiteren Nachrichten des Tages. Nina Weidenauer und Sophia Haag fassen zusammen. Auszeichnung für Lebensretter. Die Initiative Beistehen statt Rumstehen hat am Nachmittag in Heidelberg zwei Bürger für ihre Zivilcourage geehrt. Judith M. und Tobias R. verhinderten in der Nacht zum 10. März, dass ein Mann lebensgefährlich verletzt wird. Wir haben eine Schlägerei beendet, indem wir durch Schreien und Hinrennen Aufmerksamkeit erzeugt haben und die Schläger dazu gebracht haben, abzuhauen. Für ihr Handeln erhielten die beiden eine Urkunde und ein Präsent. Die Initiative mehrerer Präventionsvereine fördert die Zivilcourage in der Metropolregion Rhein-Neckar. Vögel verabschieden sich. In der Storchenhauptstadt Bornheim ziehen die Störche nach einem guten Jahr zurück in ihre Winterquartiere. Fast alle Jungvögel sind bereits in den ersten Augusttagen in Richtung Afrika losgezogen. Die älteren Tiere werden in den nächsten Wochen folgen. Dieses Jahr habe es den Storchenexperten zufolge bei der Brut weniger Ausfälle gegeben. Der Bestand nahm stetig zu. In der Süd- und Westpfalz seien bislang über 450 Jungtiere registriert worden. Gezielte Kontrollen. Die Polizei hat heute in Mannheim und Heidelberg mit der intensiven Überprüfung von E-Scooter-Fahrern begonnen. Grund für die Maßnahmen seien Beschwerden von Verkehrsteilnehmern, so die Ordnungshüter. Die Dinger fahren in alle Richtungen, kreuz und quer. Es wird zu zweit raufgefahren, es wird in der Fahrtrichtung gefahren, es wird in der Fußgängerzone gefahren. Also Verkehrsregeln gelten nicht und so war es eigentlich nicht geplant. Bei den E-Rollern handelt es sich um Kraftfahrzeuge. Es gelten die gleichen Bußgeld- und Verwarngeldvorschriften wie für Fahrradfahrer. Die Kontrollen sollen bis Mitte nächster Woche durchgeführt werden. Seit Anfang August vermieten mehrere Anbieter in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen per App E-Scooter im Stadtgebiet. Im Verfahren um das BASF-Unglück im Jahr 2016 in Ludwigshafen haben die Prozessbeteiligten am Landgericht Frankenthal heute ihre Strafforderungen verkündet. Die Staatsanwaltschaft fordert für den Angeklagten, einen Arbeiter, ein Jahr Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. Die Nebenklage plädiert für eine zweijährige Haftstrafe. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, durch das Anschneiden einer Gasleitung die verheerende Explosion verursacht zu haben. Bei dem Unglück waren insgesamt fünf Menschen ums Leben gekommen. Ein Urteil wird für den 27. August erwartet. Wir kommen zum Sport und da steigt heute der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim in den badischen Fußballpokal ein. In der dritten Runde bekommt es die Mannschaft von Bernhard Trares mit dem Verbandsligisten VfR Gommersdorf zu tun. Mit neun Punkten nach fünf Ligaspielen reißt der favorisierte SVW mit breiter Brust an. Vor acht Jahren trafen die beiden Mannschaften ebenfalls in der dritten Runde des BVF-Pokals zuletzt aufeinander. Die Partie entschied der damalige Regionalligist SV Waldhof mit 2 zu 0 vor 700 Zuschauern für sich. Anpfiff ist um 19 Uhr auf dem Sportgelände in Gommersdorf. Das zweite Spiel heute Abend bestreiten der Landesligist VfB St. Leon und die Spielgemeinschaft Supferich. Los geht's um 19.30 Uhr. Und wir bleiben noch ein bisschen beim Fußball, denn am vergangenen Wochenende haben die Damen der TSG Hoffenheim gleich zu Beginn mal so ein richtiges Zeichen gesetzt. Mit 6 zu 1 gewann die Mannschaft gegen den Aufsteiger aus Jena. Und jetzt steht die TSG ganz unerwartet an der Tabellenspitze. Aber können die Mädels sich da auch halten? Larissa Hofmann hat nachgefragt. Das verflixte siebte Jahr bei Hoffenheim ging für Mittelfeldspielerin Fabienne Dongus, ganz entgegen des Sprichworts, richtig gut los. Mit einem Treffer in der 70. Minute gegen Jena brachte sie die TSG mit 5 zu 0 in Führung. Und ganz oben an die Tabellenspitzen. Das ist eine schöne Momentaufnahme, das wissen wir. Dennoch wissen wir auch, dass wir jetzt im nächsten Spiel, wenn wir gewinnen, vielleicht die Tabellenführung verteidigen können. Aber das ist jetzt auf jeden Fall nicht unser Ziel, dass wir hier vom ersten Platz winken, sondern wir wollen unsere Ziele erreichen. Und ich denke, realistisch können die ab Platz 3 sein. Sechs Wochen haben sich die Hoffenheimer Damen vorbereitet. Neu dazu kamen nur vier Spielerinnen aus der eigenen Jugend. Ein Vorteil, denn so konnte das Team um Trainer Jürgen Ehrmann auf der vergangenen Saison aufbauen. Wir haben in vielen Bereichen ein bisschen am Feinschliff gearbeitet. So das Grobe hatten wir letztes Jahr auch schon abgehandelt, natürlich auch wieder wiederholt. Aber schauen einfach, dass unser Spiel noch flüssiger wird und dass wir eben einen ganz klaren Plan verfolgen. Erst einmal die einfachen Dinge bessern, so das Motto von Trainer Ehrmann. Ein Plan, der gegen Aufsteiger Jena aufging und am Wochenende wieder auf die Probe gestellt wird. Dann nämlich empfängt die TSG den 1. FC Köln. Als zweiter Aufsteiger der nächste Unbekannte der Liga. Das ist natürlich auch wieder eine Mannschaft, die sich verstärkt hat, auf jeden Fall in der Pause. Und wir wissen noch nicht ganz genau, was uns erwartet. Was uns erwartet, dennoch, wir wollen unser Spiel durchziehen und dann die Trepppunkte auch im Greichgau lassen. Bereits am Freitag spielt Meisterschaftsfavorit Bayern München gegen den 1. FC Frankfurt. Zwei Tage später gastiert der derzeitige Tabellenzweite aus Essen beim SC Sand. All das könnte die Tabelle ordentlich aufmischen. Für Fabienne Dongus und ihr Team aber alles Nebensache. Denn mit einem erneuten Sieg wäre der Verbleib auf Platz 1 wieder so gut wie sicher. Ja, soweit die Mädels aus Hoffenheim. Aber auch mit dem Trainer der Truppe haben wir noch einmal explizit über die Saisonziele gesprochen. Erstes Pflichtspiel und dann gleich ein 6 zu 1 Saisonauftakt. Jürgen Ehrmann, viel besser hätte es ja nicht laufen können. Was ist denn in diesem Jahr drin für die TSG? Ja, das wird sich noch zeigen, was drin ist. Wer wolle uns auf jeden Fall verbessern, den Platz von letztes Jahr bestätigen. Wenn es geht, noch weiter hochrutschen, vielleicht mehr Punkte holen. Und dann muss man sehen, was es am Ende dann wird. Sie haben vor der Saison gesagt, dass Sie Ihre eigene Spielphilosophie auf den Platz bringen wollen. Wie ist denn die Philosophie von der TSG oder auf was legen Sie denn Wert? Gut, wir versuchen natürlich Fußball zu spielen und zwar auch unter hohem Gegnerdruck teilweise dann gezielt rauszuspielen mit Ballsicherheit. Und dann eben versuchen sauber ins letzte Drittel zu kommen, mehr Torabschlüsse zu bekommen, mehr Tore zu schießen. Auf jeden Fall halt ein schnelles Spiel, wenn es geht und wenn es nicht geht, dass der Gegner alles zumacht. Dann halt ein sicheres Spiel, sodass jede Spielerin Selbstvertrauen am Ball hat, dass jede sich was zutraut. Und das wird dann unsere Philosophie eben dann sein, dass wir uns da in allen Bereichen ein Stück weit verbessern, die Saison. Es sieht ganz gut aus, da die Mannschaft zusammengeblieben ist, haben wir natürlich vom Ansatzpunkt her Vorteile gehabt, dass wir nicht wieder fünf, sechs, sieben, acht neue integrieren müssen. Und da musst du teilweise wieder alle Grundlagen legen. So ist es natürlich eine schöne Sache. Hier kannst du auch vorhandenes aufbauen und dann kommt man natürlich vorwärts. Sie haben es eben schon angesprochen, der Kader ist weitestgehend eigentlich gleich geblieben im Gegensatz zur vergangenen Saison. Wie entscheidend ist das denn? Sie haben eben gesagt, es ist ein Vorteil. Könnte das denn am Ende vielleicht auch, wenn es um die ersten drei Plätze oder so geht, ein entscheidender Faktor sein? Ja gut, jetzt wollen wir mal den Ball flach halten. Die ersten drei Plätze sind natürlich schon sehr schwer zu erreichen. Vor allem die ersten beiden mit Bayern und Wolfsburg sind ja schon wirklich zwei große Kaliber, auch europäisch für mich immer noch an vorderster Front. Die Bundesliga ist sehr ausgeglichen. Ich finde, sie wird im Moment eher ein bisschen schlechter geredet, wie sie ist. Es sind viele Mannschaften, so wie Essen, Freiburg, die haben viele junge Spielerinnen drin. Und in Frankfurt hat tolle Talente drin. Da kommt vielleicht noch eine Mannschaft dazu. Und deshalb finde ich es schwierig, da zu sagen, wir kommen unter die ersten drei. Aber sicherlich probieren wir alles. Wir versuchen in jedem Spiel was zu holen und wir versuchen an jedem Spiel dem Gegner Respekt zu zollen. Ob der dann Jena heißt oder Wolfsburg. Das ist natürlich ein Unterschied, ob man gegen die oder gegen diese Mannschaft spielt. Aber ich will keine Angsthasen auf dem Platz haben. Ich habe es Ihnen vorhin versprochen, wir schauen noch mal zum Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. Das machen wir auch nach einer kurzen Unterbrechung. Bleiben Sie unbedingt dran. Bis gleich. Reklame Herzlich willkommen zurück bei RON TV. Ja, wir haben es Ihnen versprochen, wir schauen jetzt noch mal beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen vorbei. Wir haben ja eben schon mit meiner Kollegin Tracy Wittig vor Ort gesprochen. Und sie tummelt sich weiterhin auf dem roten Teppich. Tracy, ich sehe, du hast schon wieder einen Gesprächspartner neben dir. Erzähl uns mehr. Ja, ich habe jetzt Harald Schrott neben mir stehen. Er ist im Film Wendezeit, mimt er den Ehemann von Petra Schmidt Schaller alias Saskia, die Doppelagentin, die ganz wichtig in diesem Film natürlich ist. Und bekannt ist er uns aus Tardor, Stralsund und er war auch 2006 für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Er ist hier zum ersten Mal, aber wie finden Sie es bisher hier in Ludwigshafen? Ich finde es großartig. Ich finde die Umgebung fantastisch. Ich finde erstaunlich, was in den letzten Tagen hier geleistet wurde. Ich konnte es im Internet immer ganz gut verfolgen, welche Fortschritte die Baumaßnahmen gemacht haben. Ich habe nie gedacht, dass sie das schaffen, aber es sieht toll aus. Die Leute sind unglaublich nett. Also jeder spricht anderen. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Es ist sehr persönlich. Es ist ein Publikumsfestival. Und ich freue mich sehr, mit unfassbaren 2400 Leuten den Film gleich zu sehen hier. Wie ist das denn? Was bedeutet denn auch für Sie eigentlich, der Eröffnungsfilm zu sein? Ich finde es großartig. Es ist eine große Ehre hier. Der Film dauert ja zwei Stunden. Das ist schon ungewöhnlich für einen Fernsehfilm. Und ich finde es von dem Festivaldirektor ganz, ganz toll, diesen Film zu programmieren, weil wir ja in einer Zeit leben, wo die Demokratie durchaus von verschiedenen Seiten angegriffen und infrage gestellt wird. Und mit dem Film daran zu erinnern, was vor 30 Jahren passiert ist, was Leute riskiert haben, ihr Leben riskiert haben, um für Freiheit zu kämpfen, Demokratie zu ermöglichen. Das ist toll und es gibt, glaube ich, kaum einen besseren Zeitpunkt. Zumal der Film ja nicht nur diese tragischen Aspekte zeigt. Es ist ein Agentenfilm. Er bedient das Genre des Agentenfilms. Es ist auch eine Komödie. Es gibt sehr viele lustige, komische Szenen. Es ist ein emotionaler Film. Es geht sehr um den Schicksal dieser Familie. Dieser Doppelagenten ist also ein Film, der auf vielen Ebenen von dieser Umbruchszeit in Deutschland erzählt. Wenn Sie jetzt dieses Filmfestival mit anderen Festivals vergleichen, wie ist das hier? Es ist von der Atmosphäre, was ich bis jetzt sagen kann, ähnlich schön wie in München. Das liegt an den Temperaturen, das liegt an den Leuten, das liegt am Wasser. Ich glaube, das Festival zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es ein Publikumsfestival ist. Man merkt, dass Leute, mit welchem Enthusiasmus die hierher kommen, die erzählen mir, dass sie schon seit Jahren dieses Festival begleiten. Das ist ja unglaublich gewachsen in den letzten Jahren, was ich ganz toll finde. Und die anderen Festivals, wie jetzt zum Beispiel die Berlinale, die auch spannend ist, ist ja noch mehr ein Film, der in der Branche gefeiert wird und wo es unzählige Branchen treffen gibt. Das fehlt hier, aber dadurch hat man einen ganz direkten Kontakt mit den Zuschauern und kann sich darüber unterhalten, worum es eigentlich geht, um die Filme. Werden Sie sich denn in den nächsten Tagen vielleicht noch einen Film anschauen? Ich kann leider nicht. Ich habe morgen noch ein paar Pressetermine. Dann muss ich zurück nach Berlin, weil ich Freitag wieder zu tun habe. Aber wenn Sie jetzt nächstes Jahr noch mal die Möglichkeit dazu hätten, würden Sie noch mal hier vorbeischauen? Auf jeden Fall. Ich liebe das. Ich liebe Filmfesten. Ich war gerade auch in München für eine Woche und habe dort sehr viele Filme gesehen. Und es ist toll, mit den Leuten nachher zu reden. Ich finde es immer großartig, wenn Leute vom Sofa aufstehen, sich zusammenrotten und gemeinsam dieses Erlebnis teilen. Heutzutage kann man das nicht hoch genug einschätzen. Man kann sehr leicht die Fernbedienung in die Hand nehmen, ausschalten, einschalten, morgen wieder weitersehen. Aber das weiß ich als Künstler, weiß ich zu schätzen und deshalb finde ich es großartig hier. Ja, erleben können wir ja gleich auch Ihren Filmwendezeit um 19 Uhr. Und ja, Sarina, ich glaube, du solltest vielleicht ganz schnell machen und hier vorbeischauen. Ich sollte mich beeilen oder du erzählst mir am besten, wie der Film war. Vielen Dank, Tracy. Egal ob Ballsport, Gesang oder Darts, schreiben Sie uns, was Ihren Verein besonders macht. Kennen Sie einen Alltagshelden oder sind vielleicht selbst einer? Dann her mit Ihrer Geschichte. Und auch wenn mal was raus muss, wir klären über Missstände auf. Einfach auf rontv.de, überschreib uns, Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns auf Ihre Geschichte. Uns bleibt noch der Blick aufs Wetter. Und ich glaube, die Chancen auf eine neue Portion Sommer, die stehen richtig gut. Hier sind die Aussichten. In Zeisskamm lässt sich gut leben. Der Slogan der 2260-Einwohner-Gemeinde in der Pfalz ist treffend. Historische Fachwerkhäuser, fruchtbarer Boden und stetig wachsende Neubaugebiete. Ein idealer Wohnort für junge Familien. Heute waren die Wetterbedingungen allerdings eher durchwachsen. Hochnebel, der teilweise aufriss und dadurch den Blick auf den blauen Himmel freigab. Die Temperatur lag bei etwa 16 Grad. Und so kam die Schönheit der Zwiebel- und Gemüsegemeinde trotzdem ganz gut zur Geltung. Der Donnerstag gibt den Startschuss für das perfekte Spätsommerwetter. Wir können uns auf einen Tag mit viel Sonne freuen. Von der Mitte bis in den Pfälzer Wald bleibt der Himmel wolkenfrei. Nur im Odenwald können ein paar harmlose Wolken durchziehen. Die Höchstwerte erreichen am Rhein sehr warme 27 bis 28 Grad. In den höheren Lagen wird es bei 23 bis 25 Grad angenehm warm. Und trocken bleibt es auch. Am Freitag dann ein ähnliches Bild. Heiße 30 Grad. Allerdings wird es in der Nacht zum Samstag mit teils einstelligen Tiefstwerten von 9 Grad ganz schön frisch. Samstag schmücken einige wenige Wolken den Himmel. Die Sonne lässt sich davon nicht stören. Am Sonntag kriegen wir es dann bei 32 Grad mit örtlichen Gewittern zu tun. Die Hitze bleibt uns aber erhalten. Tja Lukas, jetzt sind wir im Zwiespalt. Wetter wird super, aber ich würde auch gerne ins Kino gehen. Was machen wir jetzt? Ja, das klang mir doch ganz gut tatsächlich. Aber es gibt ja auch Kinos oder Filme, die man sich dort draußen anschauen kann. Das wäre ja eine Option tatsächlich. Das ist, glaube ich, der perfekte Kompromiss. Aber man sollte vielleicht nicht überall das machen, weil es gibt schlechte Nachrichten aus Ludwigshafen, die nichts mit diesem Filmfestival zu tun haben. Ja, das ist richtig. Normale Mücken sind ja schon, naja, nervig genug. Neubaugebiet Melm, da sind jetzt Tigermücken festgestellt worden. Klingt erstmal nicht so schlimm, aber so dolle sind die Dinger nicht, ne? Ne, tatsächlich. Also die sind durchaus ein bisschen gefährlicher. Stammen gar nicht von hier, sondern sind quasi so aus exotischen Ländern hier mitgereist. Und auch gar nicht so ungefährlich tatsächlich. Denn die übertragen unter anderem das Zika-Virus. Und das will man, glaube ich, eher nicht haben. Das will man nicht haben. Und die Viecher, muss man so sagen, sind so hartnäckig. Die verfolgen einen nicht nur nachts wie unsere Mücken, sondern den lieben langen Tag. Also Warnung an Sie bitte, keine Regentonnen offen lassen, keine kleinen stehenden Gewässer. Keine gute Idee. Genau, das sind nämlich die Brutstätten für diese Mücken. Und das kann man einfach verhindern, indem man die ganzen Dinge trockenlegt. Ja. Bleibt uns nur noch zu sagen, einen schönen Abend wünschen wir Ihnen. Wir kommen morgen wieder. Tschüss. Tschüss. Nee, ich finde ja nochmal.